Die Ohrenbahrung des JHWH Band 2 Du bist ich Die Symbolik des JHWH So hat sich mein Menschensohn nicht selbst die Würde eines Hohen Priesters verliehen, sondern ich, der zu ihm spricht. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Wie ich auch an einer anderen Stelle sage, du bist ein Priester auf ewig, nach der Ordnung Melchizedeks, der König der Gerechtigkeit. Obwohl er mein Sohn ist, hat er durch Leiden den Gehorsam gelernt. Nun zu seiner Vollendung gelangt, wird er für alle, die auf ihn hören werden, der Urheber des ewigen Heils sein. Er ist mein Hohenpriester nach der Ordnung Melchizedeks. Über meine Wirklichkeit kann man viel sagen, sie ist aber für dich schwer verständlich zu machen, da du schwerhörig geworden bist. Denn obwohl du deiner Zeit nach schon ein Lehrer sein müsstest, brauchst du nun von Neuem einen, der dir die Anfangsgründe meiner Lehre, des Seins, von der Offenbarung beibringt. Milch hast du noch nötig, nicht feste Speise. Jeder, der noch mit Milch genährt wird, ist unfähig, richtige Reden zu verstehen. Er ist ja noch ein unmündiges Kind. Feste Speise aber ist nur für Erwachsene, deren Sinne durch ihre Reife geübt sind, die notwendige Polarität von Gut und Böse zu erkennen. Hebräer 5, 5-14 Dieses Buch beinhaltet eine Übergangskost zu der hier angesprochenen festen Speise. Im Anfang schuf ich Gleichnisse und das Bei-Spiel, um die Menschheit von Milch auf die feste Speise umzugewöhnen. Jedes Beispiel ist eine kindliche Vereinfachung eines meist sehr komplexen Zusammenhangs. Alle Beispiele, die du, von dir selbst gesprochen, beim Lesen dieses Buches in dir vernehmen wirst, beschreiben dir meine wirkliche Wirklichkeit. Das heißt, die Summe einer von dir verurteilten Welt, die dir als diesseitige und jenseitige Welt gegenüberstehen zu scheint. Sie beschreiben dir letztendlich deinen wirklichen Lebensraum. Das Jenseitige ist deinen fünf materiellen Sinnen noch verborgen. Als Schöpfer der Welt und dein wirklicher Vater erzähle ich dir nun, wie die wirkliche Wirklichkeit aufgebaut ist und weshalb sie auch bedingungslos gut ist. Die für dich noch unvorstellbare Schönheit meiner ganzen Schöpfung liegt für dich nur deshalb noch im Verborgenen, weil du sie mit deinem kindlichen Geist noch nicht als Ganzes erfassen kannst. Solange du meine göttlichen Gesetze nicht richtig zu handhaben verstehst, neigst du auch zwangsläufig dazu, meine in dir liegende göttliche Kraft zu missbrauchen. Meine Wirklichkeit bleibt nun nicht mehr vor dir verborgen. Du musst jetzt nur noch danach greifen, um sie zu erfassen. Dieses Buch beschreibt dir den Weg in deine Freiheit. Trotz der relativen Einfachheit der hier benutzten Beispiele bilden diese die Wirklichkeit auf eine dir bisher noch nicht bekannte Präzision völlig korrekt in dem dir zugänglichen Wahrnehmungsbereich ab. Wie oben, so auch unten. Was aber deswegen noch lange nicht bedeutet, dass du beim Nachdenken dieser Beispiele vorerst irgendeine greifbare Vorstellung von dem, was wirklich ist, bekommen wirst. Ob sich diese höheren Welten für dich nun öffnen werden, entscheidest du letztendlich selbst mit deinem eigenen Glauben. Nur mein von dir gelebter Wille wird zur völligen Reformation deines ganzen psychosomatischen Vermutungswissens führen. Finde den einzig wirklichen Glauben in deiner Welt und lebe ihn dann auch bis in deine letzte Konsequenz. Er wird dich zu einem unsterblichen Gott nach meinem Ebenbilde erheben. Die von dir bisher rational greifbaren Vermutungswissenselemente bilden für dein noch kindliches Bewusstsein ein undurchdringliches Gestrüpp aus naturwissenschaftlichen und religiös-mythologischen Thesen. Du neigst dazu, nur das zu glauben, was du mit deiner bisherigen rationalen Logik zu erfassen vermagst. Und nur das, was du glaubst, wirst du letztendlich auch als wahr annehmen. Mit diesem Verhalten verschließt du dir selbst deinen Zugang zu den geistigen Welten, in denen sich alles in meiner göttlichen Harmonie befindet. Ich will dir diese Worte mit einem einfachen Beispiel etwas farbenprächtiger illustrieren. Stell dir vor, alle von Geburt an blinden Menschen würden versuchen, sich gegenseitig die Farben eines Regenbogens zu erklären. Dazu kann man nur sagen, ein unnötiges Unterfangen, denn was man selbst nicht kennt oder selbst je erfahren hat, kann man auch keinem anderen Menschen beschreiben. Über diese sehr weise Erkenntnis sollten sich vor allem jeder scheinheilige Priester und jeder Pseudo-Erleuchtete der Esoterik-Szene ernsthaft Gedanken machen. Mein göttliches Licht, das in jedem Menschen brennt, wird dabei immer mit der eigenen egoistischen Notbeleuchtung verwechselt, die man sich von seiner gelebten Ideologie oder Idiotie aufzwingen lässt. Geistige Lichter, die hauptsächlich nur Not, Leid und das Böse in ihrer Welt zu beleuchten vermögen, sind die Hauptleidtragenden ihrer eigenen Gedankenwelt, das heißt, sie tragen alles Leid ihrer wahrgenommenen Welt in ihrem eigenen Haupt. Jeder Mensch glaubt an etwas und ist dabei felsenfest überzeugt, er besäße die richtige Wahrheit und so denkt er auch all die anderen Menschen, die mit entgegengesetzten Erfahrungen leben, leiden nur an ihrer eigenen Einbildung. Die eigene Einbildung wird so von jedem Menschen zur eigenen Pseudobildung erhoben. Aber zurück zu dem Blinden. Du glaubst nun, den wahren Charakter aller Farben zu kennen. Zumindest bildest du dir das ein. Wie würdest du nun als Sehender oder als Pseudosehender diesen blinden Menschen die Farben eines Regenbogens verbal beschreiben? So viel du auch reden wirst, diese blinden Menschen werden danach genauso wenig vom Zauber der Farben erfassen können, wie vor deinen verbalen Ausuferungen. Ich werde nun, um dir, Blindner, die wirklichen Farben zu beschreiben, nicht über Farben reden, sondern sage zu dir, summe in dir lautlos eine Oktave, eine Tonleiter und steige mit deinem Geist auf dieser nach oben. Du hast damit selbst eine korrekte mathematische Transformation der optischen Oktave der Regenbogenfarben in eine akustische Oktave von Tönen umgewandelt und in dein noch blindes Bewusstsein transzentriert. Deswegen wirst du blinder das Erscheinungsphänomen wirkliche Farben zwar immer noch nicht selbstbewusst erfassen können, aber dir wird damit zumindest eine Leiter zur Verfügung gestellt, mit deren Hilfe du wirkliche Hierarchie der Harmonie meiner Schöpfung erreichen kannst. Diese Leiter wird dich über die Form eines physikalischen Prinzips, das für Farben und Töne gleichermaßen gilt, hin zu den Klangfarben aller Worte führen, mit denen du letztendlich das Dir, der von dir wahrgenommenen Welt, malst. Du kleine, arrogante Menschenseele glaubst jetzt schon alle Farben zu kennen. Du nimmst alle Erscheinungen dieser dreidimensionalen Welt nur aufgrund deiner Farb, Klang und Gefühlskontraste war, die in deinem Bewusstseinsbereich liegen. Bei allen Erscheinungen in deinem Bewusstsein handelt es sich aber, um beim obigen Beispiel zu bleiben, ebenfalls nur um dir unbewusste Transformationen. Die dabei übergeordnete harmonische Wesenheit verhält sich dabei zu deinem Weltbild wie die Farben eines Regenbogens zu einer Klangoktafe. Es handelt sich aber in beiden Fällen um wesentlich komplexere harmonische Zusammenhänge, zum einen um das gesamte von dir wahrnehmbare Diesseits, zum anderen aber auch um das von dir noch nicht wahrnehmbare Jenseits, dessen Geistharmonien ich eben durch diese Beispiele in deinem geistig noch blinden Bewusstsein zu manifestieren versuche. Erst wenn du als vollentwickelter Geistmensch das Geheimnis der Strahlkräfte aller Klang, Farb und Gefühlstöne, die du nur mit Worten auszudrücken vermagst, seherisch zu gestalten weißt, wirst du mit einer von ihrem Sinngehalt her harmonisch geschlossenen Sprache in der Lage sein, einen neuen harmonischen Lebensraum für dich zu schaffen. Die Sprache ist dabei die Schöpferkraft. Das von dir angewandte Schema der von dir gesprochenen Sprache Hebräischem ist der wirkliche Samen, der von dir nur geistig wahrnehmbaren Welt. Samen bedeutet auf Griechisch Sperma, das ist die Schöpfermacht. Und so wird sich auch an dir, wenn du die geistige Reife besitzt, das Geheimnis meines Gottessohns offenbaren, das die christliche Esoterik den Logos, das Weltenwort und Weltenlicht nennt. Wenn du bereit bist, meine göttlichen Gesetze, das heißt, das Holofeeling, bis in deine letzte Konsequenz zu leben, wirst du dich damit zu einem wirklichen Geschöpf nach meinem Ebenbilde erheben. Erst dann wirst du alle Macht über dich selbst besitzen und damit auch die Macht über die gesamte von dir wahrgenommene Welt. Wie unten, so auch oben. Dem Wunder deiner Ursprache nachzugehen bedeutet für dich ein Hinwandern zu den Wurzeln deines Lebens und damit auch zur wirklichen Quelle aller deiner inneren Anschauungen. Wie mein Menschensohn über alle deine Schriftgelehrten und deren geistigen Blindheit denkt, erhält das 24. Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten! Alle dort in symbolischen Worten beschriebenen Tatsachen sind schon teilweise in deinem Bewusstsein in Erscheinung getreten. Du stehst kurz vor dem Zeitpunkt, vor dem Zeitwendepunkt, an dem das Zeichen meines Menschensohns, ein Kreuz, an deinem Himmel erscheinen wird, doch dazu später mehr. Es gibt für dich sicherlich hunderte rationaler Gründe, die Märchen in meinen Offenbarungen als unsinnig abzulehnen. Wie töricht dir diese Geschichten doch erscheinen, nichts als Märchen für religiöse Träumer. Für deine rationale Logik scheint es sich dabei nur um ein religiöses Geschwätz zu handeln. Von diesem deinigen jetzigen Standpunkt ausgesehen, ist dieses Vorurteil auch nicht zu widerlegen. Doch wenn du nun bereit bist, deinen trägen Geist etwas in Bewegung zu setzen und deinen alten konfliktbehafteten Standpunkt verlässt, um mir bei für dich völlig neu erscheinenden Gedankengängen zu folgen, wirst du sehr schnell feststellen, dass ich in meinen Bibelworten, aber auch in allen anderen Worten das große Geheimnis der ganzen von dir wahrgenommenen Welt verbirgt. Aus der konsonanten Anatomie der Urworte wird für dich eine begreifbare lebendige Wortlehre erwachsen, die dich an deinen wirklichen Ursprung zurückversetzen vermag. Sie wird dein jetziges, sehr begrenztes und eingeengtes Weltbild zu einer ganzheitlichen Sicht erweitern. Deine irdischen Sprachwissenschaften befassen sich immer nur mit den historischen Veränderungen der Worte in ihrem zeitlichen Rahmen. Wir aber werden nun gemeinsam eine geistige Sprachforschung betreiben, in der sich meine zeitlose Ewigkeit in dir ausdrücken kann. Wir werden also nun dem Lebendigen in deiner Sprache nachgehen, allen inneren Gesetzen ihres Werdens, aber auch ihres geworden Seins. Verstehe dieses Buch nur als eine einführende Einführung in ein für dich völlig neues Weltbild, dass du mit deinen bisherigen bewegten Gedankenfärbungen nicht zu malen im Stande warst. Jeder deiner Schöpfungsakte will heißen, jede deiner Erscheinungen beginnt mit einer Bewegung deiner Gedanken. Du schöpfst dabei immer gewisse Informationen aus deinen eigenen Erinnerungen und verurteilst damit diese Erscheinungen. Du drückst ihnen damit sozusagen eine bestimmte Qualität aufs Auge. Wahrnehmen bedeutet immer auch Denken. Sich einen Gedankendenken dinglich gestalten bedeutet sich etwas selbst vorstellen. Du stellst also etwas vor dich hin, das du dann bewertest. Damit urteilst du dich selbst in ein Subjekt Objekt. Die göttlichen Willenskräfte in dir setzen deinen Geist in Bewegung und drücken damit etwas aus, aus dir heraus. Nur mit Worten kann man etwas mehr oder weniger präzise ausdrücken. Darum gehen auch jeder Gebärdensprache immer formgebende Gedanken voraus. Dies ist der Beginn einer im wahrsten Sinne des Wortes zukunftsweisenden Sprachmethodik. Einer Geistlehre, die gleichzeitig auf Wissenschaft und Religion basiert und dir zur Auferstehung deines verlorenen Worterlebnisses verhelfen wird. Mein heiliger Tempel der Worte ist die wirkliche Grausburg, deren Pforte nun für dich geöffnet steht. Ich werde dir aber nur dann Einlass gewähren und dich zum wirklichen Leben erwecken, wenn du dich von meinem Hauche, dem heiligen Oden dieser Worte berühren lässt. Atme mich ein, lebe mich und dir sei das ewige Leben sicher. Wenn du sagst ich glaube, ist das genau genommen kein wirklicher Glaube, sondern immer nur ein Vermuten, denn du befindest dich noch auf der großen Suche zu mir und damit auch zu dir selbst. Du solltest dich bei deiner Selbstsuche wie bei einem Puzzelspiel verhalten. Du hältst ein geistiges Teilchen von dir in den Händen und versuchst es an dein Ganzes anzulegen. Wenn es passt, ist es in Ordnung und du kannst sofort nach dem nächsten Teil suchen. Dies wiederholst du nun so lange, bis dein Ganzes fertig ist. Was aber machst du mit den Teilen, die du nicht auf Anhieb in den vorhandenen Komplex unterbringst? Wenn du von dir behauptest, ich weiß, verhältst du dich wie ein Puzzelspieler, der in seinem Dasein eine Handvoll Teilchen eines unvorstellbar großen Puzzels schon fertig aneinander gereiht vorgefunden hat, der aber nicht in der Lage oder gewillt ist, selbst nach neuen Bausteinen zu suchen, um daran weiterzubauen. Solange du behauptest, ich weiß, betrachtest du dich dummerweise schon als ein fertiges Geschöpf. Du versuchst dann erst gar nicht, die neuen Wissensteile, die du von mir in diesem Dasein vorgelegt bekommst, in deinen alten Komplex einzusortieren bzw. unterzubringen. Du begutachtest zwar alle diese neuen Teilchen, Thesen und Postulate, aber dann verurteilst du sie. Alles, was du nicht mit deinem schon vorhandenen Wissenglauben in Einklang zu bringen vermagst, schiebst du mit den Bezeichnungen verkehrt, falsch, in das Abseits des Unwahren ab. Alles, was ist, Dinge, Gefühle, religiöse und politische Thesen und so weiter, ist eine Form des wirklichen Seins. Daher sind auch alle Erscheinungen, ob geistiger oder materieller Art, immer auch Putzelstücke meiner Wirklichkeit. Im verstandenen und gelebten Holofeeling sind alle diese Putzelstückchen harmonisch zur ganzen Wirklichkeit vereinigt. Nun will ich dir einen kleinen Trick verraten, wie du in deiner Entwicklung schneller weiterkommen kannst, um das Putzel deines Daseins zu vollenden. Um dich selbst fertig zu stellen, ist es nun nötig, dass du deinem bisherigen Wissenteilchen Komplex etwas umbaust. Durch diesen kleinen Trick wird es dir nicht mehr so viele Probleme bereiten, die neuen Wissensteile an dich selbst anlegen zu können. Alles, was du noch nicht harmonisch unterzubringen vermagst, legst du ganz einfach in einem geistigen Hilfsfach ab, für das du dir die Bezeichnung das wäre auch möglich denkst. Wenn du deinen bisher vorhandenen Glauben einmal etwas genauer unter die Lupe deiner gewissenhaften Aufmerksamkeit legst, wirst du sehr schnell erkennen, dass ein großer Teil der von dir aneinandergereihten Wissensteilchen gar nicht so zusammengehören kann, wie es dir dein blinder Glaube bisher weiß zu machen versucht hat. Das soll aber nicht heißen, dass irgendeines deiner Wissensteilchen falsch ist. Sie liegen teilweise nur an einer völlig unpassenden Stelle in diesem achtdimensionalen Putzel und verhindern dadurch das Anreihen der neuen Wissensteilchen, die sich noch außerhalb deines Wahrnehmungsbereiches befinden und die erst jetzt in dir in Erscheinung treten. Laufend wirst du in deiner Welt mit dem Dual Innen Außen konfrontiert. Nur wenn du sehr gewissenhaft und aufmerksam bist, wirst du auch erkennen können, dass es gar keine objektiven Vorgänge in deiner Außenwelt geben kann. Es ist für dich immer nur das vorhanden, was dir das Licht, das äußere Licht oder deine rationale Logik mitzuteilen vermag. Dein geistiges Licht erzeugt das Erscheinungsphänomen Licht. Alle gemachten Erfahrungen deines Daseins treten ausschließlich nur in dir in Erscheinung. Du als Geistwesen betrachtet siehst also genau genommen weder die von dir als wahrgenommene Materie noch deren emittierte beziehungsweise reflektierte Photonen, sondern immer nur Licht und du hörst auch keine bewegten Gasmoleküle, die du Luftdruckschwankungen nennst, sondern Töne. Diese Tatsache dürfte ohne Frage auch von deinen Naturwissenschaften als bewiesen angesehen werden. Wobei diese einfache naturwissenschaftliche Erkenntnis für sich schon genügt, um den auch von dir gelebten und dadurch auch angebeteten reinen Materialismus zu widerlegen. Aber solange dieser Materialismus in dir wütet, den du letztendlich nur durch deinen dogmatischen Glauben an eine unabhängig von dir existierende Materie nach außen projizierst, wirst du auch nicht frei von allen deinen Ängsten werden. Der Materialismus steht und fällt mit dem Glauben, dass nur das Sinnliche wirklich ist. Nur das, was ich mit meinen eigenen Sinnen erfassen und mit meiner rationalen Logik begreifen kann, ist auch wirklich vorhandene, sagt sich jeder realistisch eingestellte Mensch. Mit einer solch dummen und beschränkten Logik würde jeder blinde Mensch bestreiten müssen, dass es die Sonne, die Sterne und so weiter, kurz gesagt, dass es Licht und Farben gibt. Der Materialismus hat sich als Naturwissenschaft selber bewiesen, dass viele Erscheinungen über die menschliche Wahrnehmungsfähigkeit seiner normalen Sinne hinausreichen. Er hat damit sein eigenes Fundament untergraben, er hat damit den Ast abgesägt, auf dem er einst selbst saß. Dir sollte nun langsam bewusst werden, dass sich dadurch die angeblich nur mit beweisbaren Fakten agierende Naturwissenschaft selbst zu einer Pseudophilosophie erhoben hat, und zwar zur dogmatischsten, selbstherrlichsten Philosophie überhaupt, bei der keine anderen Ansichten erlaubt sind. Die derzeitige naturwissenschaftliche Beweisführung ist so aufgebaut, dass alles, was nicht mit der schon vorhandenen Meinung fassbar ist, als unwahr abgelehnt wird. Somit sperren sich geistig unflexible Naturwissenschaftler immer fester in den Käfig ihrer eigenen kurzsichtigen Dogmen. Anstatt nach wirklich revolutionär Neuem zu suchen, versuchen sie lediglich, sich ihre bestehenden Gesetze laufend selbst zu beweisen, indem sie ihre Paradigmen als unumstößliche Naturgesetze anbeten. Diesen schwachsinnigen Vorgang bezeichnen sie dann in der eigenen Unwissenheit auch noch als korrektes wissenschaftliches Vorgehen. Die etablierten Formen der Naturwissenschaften sind genau genommen als Philosophie gesehen eine Pervertierung des Wortes Philosophie. Dieses Wort bedeutet nämlich etymologisch die Suche nach der Gesamtheit des Wissens und die Suche nach dem Sinn des Seins. Sokrates verstand die Philosophie als das Wissen des Nichtwissens Platon als die Erkenntnis der ewigen Ideen und Aristoteles als die Untersuchung der wirklichen Ursachen und Prinzipien aller Dinge. Dein Materialismus hat also gar kein Recht sich eine Weltanschauung zu nennen denn innerhalb seiner selbst definierten Schranken ist es ihm gar nicht möglich eine wirkliche Weltanschauung zu betreiben. Solange du diese kurzsichtigen und dogmatischen naturwissenschaftlichen Gesetze zu deiner eigenen Philosophie erklärst, unterstreichst du damit nur deine eigene Kurzsichtigkeit im Angesicht des Größenwanns deiner etablierten Wissenschaft. Der Materialismus mitsamt der Naturwissenschaft hat selbstverständlich seine eindeutige Berechtigung und zwar als ein Wissenszweig als eine von vielen möglichen Sichtweisen nicht mehr und nicht weniger die naturwissenschaftliche Sicht und Ausdrucksweise ist nur einer von vielen Versuchen deiner Menschheit meine Wirklichkeit das heißt das was wirklich ist auszudrücken und greifbar zu machen Dennoch betrachtest auch du sie so als wäre sie die einzig richtige Anschauung um etwas wirklich beweisen zu können Dieses Recht solltest du aber nur der alles zu harmonisieren Vermögen den Mathematik zusprechen Gleichgültig ob dabei meine quantitativen qualitativen oder vierdimensionalen Rechenregeln zum Einsatz kommen dazu aber später mehr Es gibt keine richtigere Ausdrucksform Alle haben ihre besondere Funktion in meinem Ganzen und das Ganze meiner Wirklichkeit wirst du nur mit deinen eigenen Holofilling rational erfassen können Die Wirklichkeit das heißt das was wirklich ist ist etwas völlig anderes quantitativ und qualitativ als ein dahinscheidender Materialist zu erfassen vermag Und nur diese eine Wirklichkeit ist der Gegenstand wirklicher Philosophie Das Wort Philosophie ist für dich so billig geworden dass du es für allen möglichen Schwachsinn zu gebrauchen pflegst Eine Automarke vertritt für dich heutzutage genauso eine bestimmte Philosophie wie eine politische Partei oder eine Supermarkt Kette Solche Philosophien deklassieren das Wirkliche zu einer persönlichen Ansicht zu einer bloßen These Sie verschleiern damit das was wirklich ist Sie deklarieren und damit beginnt auch der Kampf um die richtige Philosophie Du wirst dich mit deinen Gedankengängen erst dann zu einem wirklichen Menschen erheben wenn du mit deinem Geist bis an die Grenzen deiner begrenzten Logik gegangen bist Erst dort werden die Widersprüche deiner begrenzten Weltwahrnehmung für dich klar fassbar in Erscheinung treten Wenn du dir dann die Antinomien deiner Logik bewusst geworden bist musst du diese Widersprüche zur Synthese führen Wenn dir das gelingt werden sich nicht nur alle deine Gegensätze im Nichts auflösen sondern auch die von dir in deiner Außenwelt wahrgenommenen Probleme denn es werden durch diese Synthese für dich plötzlich völlig neue Wege und Möglichkeiten ersichtlich die vorher nur aus unüberwindlich geglaubten Gegensätzen bestanden haben Einer der schlimmsten Fehlglauben im normalen Menschen besteht darin dass er glaubt seine selbst definierten Gesetze nicht überschreiten zu dürfen damit sperrt er sich unbewusst in seine eigenen Logien Ein Großteil der von dir als richtig angenommenen Naturgesetze widersprechen sich da sie nur Projektionsteile meiner Wirklichkeit darstellen Genauso verhält es sich auch mit deinen verlogenen moralisch-ethischen Vorstellungen Sie basieren lediglich wie die Etymologien in der Worte Moral und Ethik schon ausdrücken nur auf deinen anerzogenen Gewohnheiten Dadurch haben sie auch nicht den geringsten Anspruch Frieden in deiner Seele zu schaffen Dein Selbstbewusstsein als Objekt betrachtet ist ein viel rätselhafteres Gebilde als irgendein anderes Objekt in der von dir wahrgenommenen Welt Du glaubst dich selbst am besten zu kennen Pustekuchen kann ich da nur sagen Deine Seele wiegt im Gesamtsystem Leben viel mehr als du und deine Wissenschaftler bisher vermutet haben und es wird sich zeigen dass die wirkliche Psychologie des Lebewesens Mensch erst noch geschrieben werden muss Aus dieser nämlich treten meine wirklichen Naturgesetze in deine Erscheinung Es ist dazu unbedingt notwendig dass die Geisteswissenschaften Philo und Psychologie an erster Stelle in deinem Bewusstsein stehen sonst wirst du immer nur das wahrnehmen was dir dein begrenzter Glaube vorschreibt aber nie das was wirklich ist kennst du das wirkliche crux es ist dein fiat lux du trägst ein siegel auf deiner stirn es befindet sich aber nicht außen sondern innen in deinem hirn du trägst noch das siegel von einem tier leg es ab sonst bleibst du auf ewig hier nur mit dem siegel meines menschen sohn bekommst du auch deinen wirklichen lohn alle meine sieben mystischen siegel besitzen einen mathematischen riegel löse nun dieses zahlenschloss und der tiegel mit dem wasser deiner zeit ergießt sich mit dir in alle ewigkeit du trägst so lange eines falschen kreuzes last bis du dein richtiges kreuz gefunden hast an ein einziges kreuz gebunden sein heißt von sich selbst geschunden sein nur das kreuz deiner eigenen fantasielosigkeit hat dich von den anderen menschen entzweit werde nun zu einem menschen nach meinem göttlichen bild dann werde ich dich auch schützen mit meinem göttlichen schild ist Musik Musik